Willst du die Person gerade jetzt ganz kurz bei mir melden oder soll ich es aufklären? Der fragt, ist das okay? Doch man! Welt sei mir gegrüßt und herzlich willkommen hier aus dem Herzen von Europa zu einer neuen Runde von Among Us. Decker, Revi, Oma. Na, Vini wird mich jetzt umbringen. Oder Vini ist tatsächlich... Na, Vini müsste dann doch safe sein wahrscheinlich. Hm. Interesting! Camps sind an, Obacht. Ach, Mann! Hä? Mega. Ja, ich hab die Killer-Animation hinter mir gesehen. Ah, okay, das heißt, direkt hinter uns. Das kann ja Henke gewesen sein, oder? Ja. Warte, warte, warte. Wo denn überhaupt? Henke? Also, wir sind gerade... Also, Simon und ich waren gerade in O2 unten und Revi ist dort rausgelaufen. Ja. Revi, du bist wahrscheinlich Henke entgegengekommen, oder? Ich bin Weapons gegangen gerade. Und ist die Henke entgegengekommen? Äh, ne, ich hab ihn nicht gesehen tatsächlich, aber ich hab Henke auch gesehen. Henke war auch vorher in den Camps drin, mit Fiene, glaub ich. Also kommt das hin, also muss Henke der Mörder sein. Henke ist auf jeden Fall mit uns in O2 gewesen, dann ging der Reaktor an, wir sind hochgelaufen, wir sind gerade um die Kurve gegangen. Ich bin aber nicht hinterher, ich bin runden weg. Ich bin nicht hochgelaufen. Du bist nicht nach oben gelaufen, Henke? Ich bin nicht nach oben gelaufen. Obwohl der Reaktor an ist, warum nicht? Weil ihr schon hingelaufen seid. Ja, Henke. Dann kann man mal mit der Gruppe laufen. Hä, warum sollte ich denn noch zulaufen, wenn ihr euch schon um den Reaktor gemacht habt? Heißt du ein Imposter, als der uns abschlachtet. Mörder. Also, der Kill kann Vace, Julian, Trimax und ich nicht gewesen sein. Richtig, wir waren alle im Experiment geführt. Die Sache ist, wenn Veni die Wahrheit macht. Also, Veni ist auf jeden Fall Proof für mich und Unge ist auch Proof für mich, der hat auch Aufgaben gemacht. Warum Revi? Warum sagst du Venis Proof? Was ist Henke? Das ist das, was wir gemacht haben und ich extra geschaut habe, ob Veni auch wirklich die richtige Reihenfolge von Storys zu den Benzin-Fillern macht. Ja, weil er auch fake, der ist wirklich billig. Ja, aber Bro, es hat dann zeitlich genau gepasst. Die Sache ist, wenn Veni die Wahrheit sagt, der Kill-Animation gesehen hat, kann es eigentlich nur Henke sein. Wenn Veni natürlich lügt, kann es natürlich auch ein Self-Report von Veni sein, direkt kill im Self-Report. So, Veni, jetzt bitte versuch uns weiter von zu überzeugen, dann wohnst du direkt Henke. Okay, also, ich war mir zuerst nicht ganz sicher, weil ich einen langen Namen gesehen habe, aber eine helle Kleidung und ich dachte zuerst, es ist weiß. Und jetzt, wenn ich so einen After-Report-Screen sehe, die weiße Person ist Fabo, die wurde aber gerade von drei anderen Leuten geproovt und Henke hat einen weißen Kittel an, das erklärt den langen Namen auch. Deswegen ist es Henke für mich. Also, Henke raus. Okay. Näh. Henke, willst du was dazu sagen? Doch, natürlich nicht. Ich habe ja gesagt, ich bin unten in der Outour geblieben, ich bin nicht hochgelaufen. Und wer hat da, kann es bezeugen? Ja, keiner. Weil er war nicht. Ja, ich verstehe mal. Beim nächsten Mal gehst du lieber hoch mit uns. Und ich bin dann weitergelaufen mit Sarah. Was soll man machen, Henke? Er ist ihm mit uns hochgegangen, aber... Wer waren nochmal die vier, die es bestimmen waren? Ich weiß nicht, Sveni. Julian, Waze, ich und du. Also, Sarah und Reh, wir haben kein Alibi hierfür. Wir haben Henke dafür gebastelt, Simon und ich waren gemeinsam. Ja, die haben mich aber gerade bei Lifeline gesehen. Wir sollten trotzdem bei sechs voten. Wir sollten trotzdem bei sechs voten, falls es noch zwei sind. Ruhe, 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 darf nicht reden, Unge. Da wollte ich den zweiten Reaktor da helfen, sage ich mal. Und es ist ein gestorben Kassam, Sarah. Ja, das war's. Direkt beim Reaktor, direkt beim Reaktor? Nee, kurz davor, direkt da, wo die Camps waren. Jetzt weiß ich, bei uns waren Unge, TheFabo, Waze, glaube ich, richtig? Nee, Trimax. Trimax. Ohne, du Trimax hier. Die direkt können es nicht sein. Und Rehwi und noch jemand ist zu uns hochkommen, die sind nach links gelaufen. Ja, ich bin rüber gelaufen. Ich glaube, Sarah ist auch heute da gewesen. Sarah ist auch heute da gewesen. Ich bin auch nach links gelaufen, weil ich halt dachte, es dauert so lange. Und es passiert nichts. Ja, ja, das verstehe ich auch. Ohne, warum warst du nicht oben? Ja, warum bist du nicht mitgerannt? Ja. Hä? Weil ich einfach euch beide im Auge weiten würde, dass keiner von euch gekillt wird. Ja, wir können jetzt doch schon hundertprozentig safen. Ich würde gerne wissen... Nee, ich könnte eben nicht, bei der zweiten Importe ist ja noch ein Kill gefallen. Vini, wo warst du? Ich war ein Specimen. Du warst ein Specimen. Julian, komm. Ich war ein Kommt. Okay. Und Waze, wo warst du? Ich war in Weapons, dann Communications und jetzt laufe ich gerade von unten in der Autorin. Also Waze und Julian, komm für mich von der Nähe her sass. Ich glaube Julian, komm oder Waze. Aber wir müssen einfach was geben. Okay, halt mit Julian, komm und Waze im Auge einfach. Halt mit ihm im Auge. Hm, Megan, Unge? Ja, die waren alle dabei. Nee. Ich bleib bei meinem Call. Julian, komm oder Waze. Unge und Vini sind die ganze Zeit zusammen. Vini hätte schon längst getötet tatsächlich. Unnötiges Meeting, keiner ist tot. Was soll das? Ich war bei Vini da gelaufen, weil ich brauchte diese Gewissheit, dass Vini wirklich safe Vini ist es wirklich nicht. Ja, aber dann ist auf einmal, da kam es ein Spielpark und Vini ist bei mir weggeglitscht. Ich stand mit ihm noch südlich im Gang von Lifeline und auf einmal steht er noch bei mir und auf einmal ist er weg. Also es war wahrscheinlich so ein Lag-Ding und deswegen... Nee, ich bin gewertet. Nee, nee. Aber... Sehr schnell das Skipwort von Waze an der Stelle. Aber ich sag euch nur, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir haben ja Julian, komm und Waze haben wir noch im Auge. Ja, Waze hat gerade auch sehr schnell geskippt. Ja, ich bleib bei Vini, falls ich sterbe. Nein, okay. Aber Vini ist es nicht, Bro. Ja, aber ich muss erst das Vertrauen. Ich muss Vertrauen gewinnen. Ich sag jetzt nicht Julian, komm. Ich sage, es ist Waze. Wir hatten Recht mit Henke. Er ist es wirklich. Ja. Und zu viert waren wir unten bei Specimen. Fabo hab ich Körperscans safe. Waze hat ihm Strom angemacht und er hat mich schon zweimal töten können, dass er sich macht. Und Julian, komm war die ganze Zeit weg und es ist keine Käse passiert. Lass den einfach rauswerfen. Ich war gern bei Camps. Wen ist es okay, wenn ich bei dir bleibe? Ist es okay? Ja, ja. Bring den bitte einfach um. Julian komm, ich werde dich voten, okay? Der fragt, ist das okay? Mann, Max. Ich gehe jetzt mit Julian, komm in Weapons und werde dann umgebracht. Der ist wirklich mit mir da reingelaufen. Der wollte mich wirklich umbringen. Das soll nicht Julian, ähm, mein teuerster. So, Tasks haben wir alle durch. Ist Trimax tot? Ne, Trimax lebt noch. Okay. Ich glaube, es ist deutlich, oder? Ich glaube, es ist deutlich, oder? Ich lasse Max einig. Ruhe, 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 Ruhe! Will dich die Person gerade jetzt ganz kurz bei mir melden oder soll ich es aufklären? Ich glaube, es ist deutlich, oder? Sag's mir, Julian, komm. Sag's mir, Sevi. Nein, sag du es mir. Ich möchte es, ich möchte es gerne von dir hören. Was soll ich sagen? Also, ich stand da neben euch. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Jemand ist gerade rausgelaufen. So, Trimax ist gerade gestorben. Mit mir rausgerannt ist Vace. Und an der Tür stand Julian, komm. Einer der beiden muss es gewesen sein. Okay, okay. Warte, ich bin die ganze Runde mit Max. Warte, warte. Warte, ich werde ganz kurz, bevor ihr alle redet. Ich möchte einmal den Kill noch gerade gesehen. Ich möchte einmal nach rechts auf die Geschichte hören. Also, Revi, du hast den Kill gesehen? Ich habe den Kill gesehen. Ich habe den Kill gesehen. Also, du hast Blutspritzen gesehen. Nein, nein, nein. Ich war quasi bei der Tür von Electrical. Direkt da drüber die Tür. Und mit mir waren Julian, Vace und... Fabo, warst du auch da? Ja, ich... Fabo war auch da, so. Trimax ist gestorben. Einer der drei muss getötet haben. Ich glaube, das ist Vace im Vorbeirennen von drinnen. Warte. Einer von den drei, Vace, Revi oder Julian meinst du? Nein, ich bin raus. Fabo. Einer von den dreien. Das heißt, entweder ist Vace rausgelaufen und hat ihn umgebracht. Oder Julian von drinnen. Oder Fabo von draußen. Also, einer... Nein, nein, nein. Warte. Ich habe die Tür aufgemacht. Ich war noch in diesem Screen, wo ich quasi diese Hebel umdingsen muss. Okay. Und Julian? Ich habe gesehen, wie Fabo nach rechts gelaufen ist. Und dann ist Trimax nach links gelaufen, nach Electrical wieder rein. Ich bin mit ihm dabei gelaufen. Und auf einmal sehe ich, wie er vor mir stirbt, als die Türen aufgegangen sind. Falsch. Nee, nee, nee. Es war so. Ich war die ganze Runde mit Max. Wir sind zum Licht gerannt. Dann ging das Licht wieder an. Ich bin mit Max rausgerannt bis zu Storage. Macht Sinn. Dann ist Max umgedreht. Ich bin rechts weiter zu meinem Task. Und Julian war dann nicht mit uns, sondern er war davor. Ist davor schon kurz nach Electrical wieder links gegangen. Und Max ist ihm dann nachgegangen. Ich sage, ich sage. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich sage vom Ablauf her. Wir wollten jetzt Julian kommen. Wir wollten jetzt Julian kommen. Wenn es er nicht ist, muss es Waze gewesen sein. Aber vom Ablauf her. Nein, wir machen Julian kommen. Das macht ja keinen Sinn. Weil ich kann genauso Revi sein. Es kann genauso Revi sein. Es kann genauso Revi sein. Ey, wir müssen brauchen. Macht wie ihr wollt. Macht wie ihr wollt. Macht wie ihr wollt. Es kann ja nicht sein. Auch Max ist Revi nicht, Vini. Ich habe auch Julian gewolltet. Oder ist es Waze. Aber das würde mich wundern. Also wenn Waze nicht in der Tour... Nein, das war Julian. GG. Ja, nice. Ja. Gut gemacht, Joke, Bro. Alter, hab ich's geworfen. Bro, Alter. Ich dachte, man sieht keine Animation. Gib's mit dem Person. unos ever. Komm mit musst du das Service hin. Mit dir voraun. Und nun wenn man möchte, dass du einen dabei хорош然后 da mit Amazon. Und du hast alles vulnerationsастlich. Vielen Dank. Ohne Jan sets vig意OTT. Depending auf den Mann.